den sound das ist der sound der sound des todes ja hier vorn steht schon einer ich kenne da eine gute stelle wo man hin könnte hier vorne die finde ich ganz cool missklick da ist beispielsweise einer dran haben wir den grad getus schottet wie jetzt zwei schüsse sehr schick kopfschuss so da haben wir die kids leute vss ist das so dieser böse böse lümmel da oben gibt es doch nicht müssen auf jeden fall alle mich pushen hier und ich warte schon aber wir haben jetzt zwei hits an den typen gegeben hat und der war noch nicht tot na komm stirb du unmensch oh 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 da oben ist gut was los hier yeah den haben wir auch jetzt müssen die leute hier vorne aber pushen die holen wir uns da oben läuft er na was ist jetzt los mit dem typen da vom berg oh der ist noch drin oh man der ist echt noch drin hier fehlt das richtige scope ach das passt schon der typ schießt wieder auf mich ja ich sehe ihn so wem fehlt jetzt das richtige scope wem fehlt das ist mir egal was für einen scope wir hier nehmen wir holen die trotzdem weg wir holen die 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 Mehr MK-Monie. Der hatte auch keinen Scope für mich. Schade. 40 Sekunden noch. Wir werden dann mit dem... Video geht raus. Wir werden dann mit dem Ui7 ein bisschen ranfahren. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Vorher nehme ich wahrscheinlich nochmal einen Painkiller rein. Ob der Typ ganz oben einen Vierer gehabt hatte? Ich meine, er hatte die VSS, aber... Da gibt es ja richtig viele... Oh, da müssen wir jetzt eigentlich aufpassen. Okay, wir machen folgende Taktik. Wir werden... Oh, wie viele Drops gibt es denn hier in der Runde? Was ist da los? Oh, den hätten wir fast überfahren, den Typen. Oh! Oh! Kann mich nicht treffen von hier, oder? Das ist nett, dass du das so machst hier. Okay, sehr nett. Oh, ja. Ich glaube, der ist irgendwo oben auf dem Dach drauf. Ah. Hier links von mir war ja auch einer. Da hinten an dem Stein ist er. Ein Hit. Ein Hit haben wir ihm gegeben. Der Limme... Der Limme geht mir echt auf den Sack. Oh, Mann! Da war einer im Busch. Fuck! Oh, mein Gott! Soit ist ein gutes Game Take, ja. Das war... Oh, mein Gott... Oh, der late motherfithere ningen. Oh! Ich hatte den tai... Im Bereich auf denacieer Nilenmmar... Und das ist das was departments verändern. Und das ist das was mepp politically đó... Und das ist alles main berühkert. Er ist, was wir gerade müssen dann,